Aliste und Felline Postorosso, das heisst Roter Platz, stellt eine Perle der salentynischen Ionischen Küste dar und wurde vermutlich für die typische rote Verfärbung einiger Punkte der Klippen so genannt. Hier befindet sich der Ort, wo die Bürger von Aliste einander treffen können. Er ist unter dem Namen Piazzetta Pilella bekannt. Es ist ein breiter, pflasterter, halbmondförmiger Platz in unmittelbarer Nähe der Felsenküste. Von Piazzetta Pilella beginnt ein schöner, ca. 2 km langer Fussweg, wo man am Meer wandern oder Sport treiben kann. Dieser Weg verbindet Postorosso mit dem anderen Küstenort von Aliste, Capilungo. Capilungo, auch ein Küstenort, ist heute ein beliebtes Reiseziel dank der Ruhe des Ortes und der Klarheit seines Meeres. Die Küste ist morphologisch sehr gezackt und flach. Viele Zugänge ermöglichen trotz der Felsen das Baden. Hier lässt es sich herrlich im wunderschönen, felsigen, kristallklaren Wasser schnorcheln. Capilungo ist großzügig mit Mittelmeerpflanzen, die hier spontan wachsen. Dies alles erlaubt den Touristen des Küstenorts von Aliste, ein wunderschönes Panorama zu genießen und die jodhaltige Meeresluft zu riechen, während man mit der Natur verbunden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.